Moin Moin! Ich war heute schon um 12 am Weserstadion, hab es geschafft, hab noch eine Karte gekriegt und jetzt bin ich auf dem Weg und lauf einmal zum Weserstadion. Bis zum nächsten Mal. So Leute, ich bin wieder zurück im Hotel. Es war ein Megaspiel. Das war jetzt meine Zeit in Bremen. Morgen geht es nach Köln und dann bis morgen. Ciao!